Ja, herzlich willkommen zurück bei Klassenbildung. Für alle, die uns schon kennen. Für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind Jill und Sarah und wir podcasten für das revolutionäre Medienkollektiv Klassenbildung, also den Podcast, den ihr gerade hört. In der heutigen Folge wollen wir uns ganz passend zum Juni damit beschäftigen, was eigentlich der sogenannte Pride Month ist, also der Monat, in dem traditionellerweise die CSDs stattfinden, wo aber auch ja sehr klassisch die Pride im Kapitalismus gefeiert wird. Und wir wollen uns aber auch anschauen, was eigentlich der Ursprung davon ist. Also wie kam es eigentlich dazu, dass der Juni Pride Month geworden ist. Für alle, die damit jetzt nicht so vertraut sind, CSD, das steht für Christopher Street Day. Es handelt sich dabei erst mal um die Straße, auf der vor 53 Jahren die Stonewall Riots stattgefunden haben. Was die Stonewall Riots waren, damit wollen wir uns eher später nochmal genauer beschäftigen. Vorerst reicht es aber zu wissen, dass es sich dabei um einen Aufstand gehandelt hat, gegen letztlich LGBTI-feindliche Razzien in New York. Auf diese Aufstände gehen heute die CSD-Paraden zurück, also die sogenannten Prides, was ihr vielleicht auch kennt oder wo ich von ausgehen würde erstmal, dass es viele von euch kennen. Und darauf geht dann eben auch die Ausrufung des Pride Monats zurück, also Juni. Rund um den Juni finden also in ganz Deutschland CSDs statt. Auch wenn man sagen muss, dass die mittlerweile sich eher von Mai bis circa August stretchen, das liegt so ein bisschen daran, dass man an allen verschiedenen Paraden teilnehmen können soll. Also man kann dann sozusagen Pride Hopping machen und dann kann ich irgendwie in Augsburg auf die Pride gehen und in Berlin und in Köln auch noch, wenn ich will und dann so durch ganz Deutschland touren. Die CSDs erinnern heute tatsächlich mehr an eine Parade, also an eine klassenkämpferische Demonstration oder überhaupt eine kämpferische Demo. Die Stadt München hat dazu mal auf ihrer Website ein bisschen was geschrieben, also nichts Kritisches, sondern die haben einfach ihre eigene Pride beschrieben und da haben sie so geschrieben, ja die Pride ist ein rauschendes Fest und eine Demonstration, also zuerst quasi ein rauschendes Fest und dann irgendwie auch noch eine Demo und im selben Werbepost haben sie das auch noch als Politparade bezeichnet. Bei diesen Politparaden tritt man dann eben irgendwie ein für gleiche Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz von LGBTI Plus Personen, aber es sind eben schon eher Paraden. Wer schon mal auf einer Pride war, der wird das glaube ich auch verstehen, warum das das Ganze eigentlich passend beschreibt. In den allermeisten Großstädten sammeln sich da so einige tausende Menschen ganz dicht aneinander gedrängt. Es läuft laute Musik, ausgehend von so mehreren Paradewagen, also ein bisschen ähnlich vielleicht wie bei Karneval und es fließt ganz viel Alkohol, teilweise auch eher noch andere Drogen. Es wird getanzt, gesungen und inmitten von all dem gibt es noch gefühlte Millionen regenbogenfarbene Flaggen und ja Werbeartikel eigentlich. Von Durex über Bundeswehr bis hin zu Meckes sind eigentlich alle Unternehmen, die man so kennt, dabei und verteilen auf der Pride so ihr eigenes Werbematerial oder irgendwas, wo sie einfach einen Regenbogen drauf gedruckt haben. Und über die Unternehmen hinaus gibt es dann halt auch noch den Staat, der auch noch teilnimmt an diesen Paraden und der dann auch nochmal einen eigenen Wagen hat, also zum Beispiel die Bundeswehr, die läuft halt auch einfach da mit, aber auch zum Beispiel die Gewerkschaft der Polizei hatte auf den verschiedenen Pride-Paraden in verschiedenen Städten schon ihre eigenen Wagen, ihre eigenen quasi Züge, wo sie dann laufen. Und im Anschluss an diese Prides, wo Unternehmen und Staat schon mitlaufen, gibt es dann auch noch häufig ganz viele Partys. Also ja, da werden dann einfach Pride-Partys noch im Anschluss veranstaltet. Dass der Ursprung der Pride eigentlich ganz woanders liegt, nämlich zum Beispiel in einem Aufstand gegen die Polizei, das kann man bei vielen der heutigen Pride-Paraden eigentlich sehr schlecht erkennen. Das kann man denen quasi überhaupt nicht mehr ansehen. Und das ist quasi ein bisschen das Ziel dieser Folge, dass wir uns heute damit gemeinsam beschäftigen wollen. Was ist eigentlich der Ursprung der CSDs? Also was sind eigentlich die Stonewall-Riots gewesen? Warum waren das eigentlich Riots und nicht irgendwelche Party-Paraden? Und darauf aufbauend wollen wir die Frage beantworten, die glaube ich heute einigen schwerfällt. Was halten wir eigentlich von diesen CSDs, von diesen Pride-Paraden? Also sind das Partys? Es ist aber auch zum Beispiel okay, dass es Partys sind. Das ist ja eine relativ populäre Position, dass man auch einfach als queere Person mal Party machen darf. Oder ist das vielleicht mehr ein Problem? Müssten das eher kämpferischere Organisationen, sorry Organisationen sind das ja gar nicht, eher kämpferische Ereignisse wieder werden? Oder müssen wir vielleicht eigene Ereignisse, eigene Demonstrationen auf die Beine stellen als quasi Konterprogramm? Das sind ja alles so verschiedene Positionen, die es rund um diese Prides gibt, die man aber glaube ich jetzt nicht einfach so vorgeben sollte, sondern wo Sinn macht, das ein bisschen aufzubauen, ein bisschen darüber zu diskutieren, was ist denn eigentlich Stonewall? Wie können wir denn eigentlich eine klassenkämpferische Bewegung aufbauen? Beziehungsweise eine LGBTI-Bewegung auch wieder aufbauen? Darüber wollen wir jetzt quasi uns ein bisschen unterhalten und da haben wir uns gedacht, dass Jill euch vielleicht am Anfang erst mal erzählt, was die Riots überhaupt waren, damit wir auch so ein bisschen das historische Backgroundwissen dazu haben. Und vielleicht magst du deshalb jetzt einfach mal was erzählen über Stonewall. Ja klar, damit kann ich gerne mal anfangen. Also namensgebend für die Stonewall Riots, beziehungsweise die Stonewall Aufstände, war das Stonewall Inn. Das Stonewall Inn ist eine Bar in New York, die hat tatsächlich auch heute noch geöffnet und ist seit den 1960er Jahren ein Treffpunkt der LGBT-Plus-Szene. 1969 war sie dann Schauplatz der Stonewall Riots. Wenn wir uns mal das gesellschaftliche Klima in den USA in den 1960er Jahren anschauen, dann war die LGBTI-Plus-Feindlichkeit sicherlich auf einem deutlich höheren Level als heute, auch von staatlicher Seite. Jegliche in Anführungszeichen homosexuelle Aktivität war illegal. Auch jede Art aus den klassischen Geschlechterrollen auszubrechen, wurde unter Strafe gestellt und gesellschaftlich geächtet. Darunter fiel bereits das Tragen der in Anführungszeichen falschen Kleidung, die dem jeweils anderen Geschlecht zugesprochen wurde. LGBTI-Plus-Personen liefen also durch ihre bloße Existenz andauernd Gefahr, Gewalt und andere repressive Maßnahmen zu erfahren. In diesem Klima entstanden dann vor allem Bars und Kneipen als Zufluchtsräume, in denen die Mitglieder der LGBTI-Plus-Community geschützte Räume vorfanden, in denen sie ohne Scham oder Bedrohung einfach sie selbst sein konnten. So wirklich geschützt waren diese Räume allerdings nie, da die Bars der Community regelmäßig mit polizeilicher Repression überzogen wurden. Gewalttätige Razzien, bei denen oft die Identität der BesucherInnen festgestellt und zu ihrer Diskreditierung veröffentlicht wurde, waren dabei keine Seltenheit. Außerdem war es üblich, dass es zu Verhaftungen und Anklagen aufgrund von sogenanntem anstößigen Verhalten kam und dazu zählten schon Dinge wie Küssen, Händchenhalten oder auch einfach die bloße Anwesenheit in einer solchen Kneipe. Am 28. Juni 1969, in den frühen Morgenstunden, kam es dann im Stonewall Inn, das wie viele LGBTI-Plus-Kneipen zu der Zeit von der Mafia betrieben wurde, zu einer dieser Razzien, die ja fast schon Routine geworden waren. Doch die BesucherInnen des Stonewall Inn hatten endgültig genug und leisteten mutigen Widerstand gegen die Polizeigewalt. Menschen, die die Polizei verhaften wollte, warfen mit Steinen und Flaschen, es gab Schlägereien, es gab Straßenschlachten mit der Polizei und Menschen aus der Umgebung schlossen sich auch dem Widerstand an. Diese kämpferischen Proteste erstreckten sich über weitere sechs Tage. In der Gegend rund um das Stonewall Inn herrschte in dieser Zeit Ausnahmezustand und es kam immer wieder zu Zusammenstößen zwischen LGBT-Plus-Personen und der Polizei. Das meinen wir also, wenn wir heute von den Stonewall Riots sprechen. Ja, heute gelten die Riots als ein Wendepunkt der LGBTI-Plus-Bewegung. Wie ging es denn danach weiter und welche Reaktion folgte darauf auf der Welt? Vielleicht magst du darauf eingehen, Sarah. Ja, vielleicht fange ich ein kleines bisschen früher schon an. Also bereits vor den Stonewall Riots gab es in den USA bereits eine Reihe von Aufständen von LGBTI-Plus-Personen. Also die Stonewall Riots waren jetzt nicht ein singuläres Ereignis, wo es vorher nie irgendwas gegeben hat, sondern sie sind eher ein bestimmter Wendepunkt gewesen, in dem es halt besonders ausgeartet ist, könnte man sagen, in dem sich besonders krass gewehrt wurde. Trotzdem hatten eben die Stonewall Riots eine revolutionäre und eine wegweisende Wirkung auf den politischen Aktivismus in der LGBTI-Plus-Gemeinschaft. Auf die Riots sind nämlich dann Aufstände in verschiedenen Ländern gefolgt und auch in ganz vielen verschiedenen Städten in den USA. Und der Kampf um die LGBTI-Plus-Rechte hat quasi einen allgemeinen Aufschwung erlebt danach, also nach 1969. In den USA hat man diesen Aufschwung auch besonders stark gespürt. Es war ja auch das Land, in dem die Riots das erste Mal stattgefunden haben. Und ja, noch im gleichen Jahr hat sich dort die Gay Liberation Front gegründet. Ihr Gründungsmitglied der Gay Liberation Front war zum Beispiel Marsha P. Johnson. Die hat auch eine wegweisende Rolle in den Stonewall Riots selber gespielt. Es war eine trans-Frau, genau, die dort eine sehr bedeutende Rolle in dieser Nacht eingenommen hat. Die Liberation Front hat sich allerdings zum Ziel gesetzt gehabt, nicht nur quasi für LGBTI-Plus-Rechte zu kämpfen, sondern verschiedene Kämpfe miteinander zu verbinden und hatte eben auch eine klassenkämpferische Perspektive. Also sie haben gesagt, okay, diese Kämpfe, dass sie geführt werden müssen, das entspringt quasi derselben Wurzel und das wollen wir quasi rausarbeiten, das wollen wir zeigen. Und sie haben sich dann eben mit verschiedenen Bündnispartnerinnen verbündet, um verschiedene Kämpfe auch zu führen. Zum Beispiel mit den Black Pantern, wo sie sehr viel mit denen gemeinsam für Bürgerrechte eingestanden sind und auch gegen Rassismus verschiedene Kämpfe geführt haben. Sie standen aber auch in einem engen Kontakt zur Frauenbewegung. Und zum Beispiel haben sie auch mit der Workers' Alliance gemeinsam gegen, ja, verschiedene Formen der Ausbeutung gekämpft. Der Name GLF, also Gay Liberation Front, der ist eine Anspielung auf die südvietnamesische Befreiungsfront Vietcong, also NLF, National Liberation Front, hieß das damals. Und das ist quasi auch kein Zufall, also das hat man absichtlich gemacht. Ja, ab diesem Zeitpunkt hat sich eigentlich der Kampf für LGBTI-Plus-Rechte in den ganzen USA ausgebreitet. Es haben sich zahlreiche Ableger gegründet, sowohl von GLF, also der Gay Liberation Front, als aber auch von anderen Organisationen. Und etwa ein Jahr später, am Jahrestag der Riots, also am 27. Juni 1970, haben dann die ersten, ja, Stonewall-Märsche stattgefunden in Chicago und in San Francisco. Und am Sonntag, also einen Tag später, am 28. ist die Christopher Street Liberation Day Parade gelaufen in New York, genau, und die Christopher Street West Association Parade in Los Angeles. Und das waren die vier ersten, Pride-Paraden, könnte man sagen, die es je gegeben hat. Und natürlich dann auch die ersten Pride-Paraden in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Der Name CSD, den haben sie erst viele Jahre später, viele Demonstrationen später erhalten. Also das hat man nicht einfach als CSDs gegründet, sondern dieser Name hat sich einfach über die Zeit durchgesetzt. Schon zu dieser Zeit, also gerade mal ein Jahr nach den Stonewall Riots, wurden die ersten Spaltungen in die Bewegung getragen, beziehungsweise die Bewegung hat halt angefangen, sich zu spalten. Teile der Bewegung haben dabei ja kritisiert, dass es eben eine Unterstützung durch militante Organisationen gibt, also zum Beispiel durch die Black Panther und haben auch gefordert, dass sich solche Organisationen zum Beispiel nicht beteiligen dürfen an den Kämpfen, dass man mit denen keine Bündnisse eingeht. Und ja, weil die keinen offensichtlichen Bezug zu Homosexuellen hätten zum Beispiel. Also sie wollten eben die Verbindung dieser Kämpfe nicht. Das hat dann dazu geführt, dass sich bereits im Jahr 1970, sechs Monate nach den Stonewall Riots, also schon vor der ersten Pride Parade, ein bürgerlicher Teil von der GLF abgespalten hat. Und dieser weniger radikale Teil, der hat dann die Gay Activists Alliance gegründet, die ja letztlich lediglich im Rahmen der bürgerlichen Rechte geblieben ist und sich ja nur für demokratische Rechte von Spulen und von Lesben eingesetzt hat und darüber quasi nicht hinausgehen wollte. Nach dem Auszug, könnte man es vielleicht nennen, des gemäßigten Teils der Organisation hat die GLF sich dann offen als revolutionäre Organisation verstanden. Also sie haben dadurch quasi ihr eigenes Profil geschärft. Das hat aber leider nichts daran geändert, dass es eben schon eine große Spaltung auch in die Organisation reingetragen hat und dass sie halt dadurch geschwächt worden sind, dass Teil der Mitglieder sich verabschiedet haben und dass auch die Bewegung insgesamt durch diese Streitigkeiten geschwächt wurde, die sich ja nicht nur in der Gay Liberation Front abgezeichnet haben. Ja, darüber hinaus haben sich dann eben weitere Konflikte abgezeichnet, also zum Beispiel die GAA, also die Gay Activists Alliance, die Abspaltung ist immer weiter nach rechts gerückt und hat dann zum Beispiel auch gefordert, dass man sich nur auf den Kampf für geschlechtlich identifizierte Lesben und Schwule beschränkt, also Transpersonen aus den Kämpfen eigentlich komplett ausschließt. Also sie waren letztlich nicht nur gegen eine revolutionäre Perspektive, sondern sie sind dann auch in ihrem Kampf für bürgerliche Rechte, für das Recht aus Selbstbestimmung immer weiter nach rechts gerückt und ja, dann ja eigentlich auch sehr reaktionär geworden. Unterdessen hat sich dann im Jahr 1970 schon die nächste Organisation gegründet, also Sylvia Rivera und Marsha P. Johnson, von der wir eben schon gehört haben, haben STAR gegründet. STAR steht für Street Transwestide Action Revolutionaries und die haben sich vor allen Dingen für obdachlose Drag Queens und Transpersonen eingesetzt. Man muss eben sagen, dass alle diese Entwicklungen, auch die Gründung der neuen Organisationen jetzt erstmal auch Beispiele sind. Das sind halt sehr prominente Beispiele, aber es gab eben auch eine allgemeine Tendenz an der Bewegung, dass sich verschiedene Organisationen gegründet haben und so weiter. Es ist dann 1973 zu einem offenen Bruch gekommen, als die Aktivistinnen von STAR davon erfahren haben, dass sie ganz hinten im CSD laufen sollten. Da haben dann Rivera und eine zweite Drag Queen die Bühne gestürmt. Und ja, dieser Eklat ist nicht ganz ohne Folgen geblieben, denn noch im selben Jahr kam es zum Ausschluss von Transpersonen aus der Gay Activist Alliance. Wichtig dabei ist natürlich zu betonen, dass nicht STAR dafür verantwortlich ist, dass Transpersonen ausgeschlossen wurden, sondern dass eben die Gay Activist Alliance so weit nach rechts gerückt war, dass sie dann eben diesen Eklat genutzt haben, der ja aber zu Recht verursacht worden war, um quasi zu sagen, okay, jetzt quasi erst recht schließen wir die Leute aus. International haben sich ja verschiedene, also wenn man sich jetzt quasi nicht mehr nur auf die amerikanische Lage beschränken will, sondern auch international das sich nochmal angucken will, dann kann man sagen, dass es auch internationale Bewegungen gab und dass sich verschiedene Organisationen gegründet haben, die sich jeweils an das US-amerikanische Modell angelehnt haben. Zum Beispiel gab es auch eine Gay Liberation Front in England und es gab auch eine Gay Liberation Front in Kanada, wobei aber beide nicht die Größe hatten, die die GLF zum Beispiel in Amerika gehabt hat, also in US-Amerika. Ja, die Liberation Fronts haben sich genau wie die amerikanische, US-amerikanische Version nur wenige Jahre gehalten, ja und dann quasi haben sie sich wieder aufgelöst oder ebenfalls gespalten. Trotzdem kann man eben sagen, ja nach 1969 gab es einen Sprung in der Entwicklung von LGBTI-Plus-Organisationen, weil es vorher einfach gar nicht wirklich so viele davon gab, erst recht nicht so viele klassenkämpferische. Wenn man sich Deutschland angucken will, das würde ich jetzt ja quasi nur ganz kurz ergänzen, dann muss man sagen, dass es ein bisschen gedauert hat, bis es übergeschwappt ist, also zum Beispiel der erste Christopher Street Day hat in Deutschland erst 1979 stattgefunden, in Berlin, also erst knapp zehn Jahre, ja nach den ersten Pride-Paraden in anderen Ländern. Ja, das vielleicht erst mal zur Entwicklung der LGBTI-Plus-Bewegung nach den Stonewall Riots. Vielleicht wollen wir uns jetzt noch mal versuchen, ein bisschen einer anderen Frage zu widmen, beziehungsweise uns das Ganze noch mal von einer anderen Seite anzugucken. Als Marxistin schreiben wir uns ja den Kampf für LGBTI-Plus-Rechte relativ offen auf die Fahne. Das wäre ja dann interessant, sich mal anzugucken, welche Rolle wir da drin eigentlich historisch gespielt haben und welchen Stellenwert diese Kämpfe ja in der revolutionären Bewegung heute haben. Ja, da könnte dann Jill vielleicht jetzt einfach noch mal ein bisschen was zu erzählen. Ja klar, das kann ich gerne machen. Also sicherlich gibt es zunächst einmal zahlreiche Beispiele für LGBTI-Plus-Personen, die eine marxistische Weltanschauung vertreten haben, die auch kommunistisch aktiv waren und auch einen großen Beitrag zur revolutionären Bewegung geleistet haben. Die Gay Liberation Front als eine Organisation mit revolutionärem Anspruch hast du ja eben schon als ein Beispiel genannt. Die Genossin Ivana Hoffmann, die als lesbische Frau die Revolution in Rojava gegen die IS-Faschisten verteidigt hat, kommt mir außerdem direkt in den Sinn. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, in welchem Maße sich MarxistInnen und eben auch solche, die nicht selbst als LGBTI-Plus von Unterdrückung betroffen waren, mit der Lage von LGBTI-Plus beschäftigt haben, dann müssen wir wohl kritisch auswerten, dass das Thema häufig vernachlässigt wurde und zum Teil auch heute noch vernachlässigt wird. In der deutschen ArbeiterInnenbewegung finden sich durchaus auch fortschrittliche Ansätze, was das betrifft. So kämpfte die ArbeiterInnenbewegung bereits seit seiner Einführung 1871 gegen den Paragraphen 175 StGB, der Homosexualität unter Strafe stellte und tatsächlich erst 1994, also vor 30 Jahren, abgeschafft wurde. Ein Mensch, der die frühe LGBTI-Plus-Bewegung in Deutschland sicherlich geprägt hat, ist der homosexuelle Arzt Magnus Hirschfeld, der sich mit der wissenschaftlichen Erforschung von Geschlecht und Sexualität beschäftigte, etwa das Institut für Sexualforschung in Berlin leitete und auch politisch eine fortschrittliche Rolle spielte. Zusammen mit der ArbeiterInnenbewegung kämpfte er bereits im Deutschen Reich gegen die Unterdrückung von LGBTI-Plus-ArbeiterInnen. 1897 brachte August Bebel, damals Vorsitzender der SPD, Hirschfelds Petition gegen den Paragraphen im Parlament ein. Diese Verbindung zwischen dem fortschrittlichen Arzt Hirschfeld und der ArbeiterInnenbewegung war quasi die Keimform des Widerstands gegen die Unterdrückung von LGBTI-Plus im Kaiserreich und noch später in der Weimarer Republik. Mit der November-Revolution konnte eine Abmilderung der Strafe für Homosexualität in der Weimarer Republik erwirkt werden und in den Jahren vor der Machtergreifung des Hitler-Faschismus in Deutschland konnte eine Ausweitung noch verhindert werden. Gleichzeitig hatte die deutsche ArbeiterInnenbewegung, die am konsequentesten wahrscheinlich durch die KPD vertreten wurde, keine einheitliche Position zur Homosexualität. Während auch hochrangige Mitglieder der KPD bei Magnus Hirschfeld im Forschungszentrum arbeiteten und fortschrittliche Positionen vertraten, sahen andere Teile Homosexualität als Krankheit an, die man heilen müsse. Leider muss man sagen, dass sie damit immer noch fortschrittlicher waren als die anderen politischen Parteien. Ja, soviel vielleicht mal zu einem historischen Beispiel. Insgesamt müssen wir, denke ich, sagen, dass die marxistische Bewegung sich in ihrer Praxis, aber sicherlich auch in ihrer Theorie viel zu wenig mit LGBTI-Plus-Kämpfen und den Themen Geschlecht und Sexualität auseinandergesetzt hat. Das hat dazu beigetragen, dass postmoderne Ideologie in der LGBTI-Plus-Community Fuß fassen konnte und dort heute an verschiedenen Stellen eine große Rolle spielt. Hier kann man eine Parallele zu Frauenkämpfen ziehen, denn die Vernachlässigung, die die kommunistische Bewegung dem Kampf gegen das Patriarchat entgegengebracht hat, hat dazu geführt, dass die Frauenbewegung ideologisch von postmodernen, queer-feministischen Theorien dominiert wird und sich damit teilweise selbst im Weg steht. Auch heute müssen wir festhalten, dass eine wirklich vertiefte theoretische Auseinandersetzung mit Geschlecht und Sexualität aus marxistischer Perspektive noch aussteht und von uns als MarxistInnen noch geleistet werden muss. Auch in der revolutionären Praxis in Deutschland zeigt sich, dass der Kampf gegen LGBTI-Plus-Unterdrückung häufig noch eine untergeordnete Rolle spielt oder man sich schwer tut, diesen in den Kampf gegen den Kapitalismus einzuflechten. Für den einen oder anderen scheint das Thema nicht so recht zum Selbstbild des stabilen Rotmarkers zu passen, was dann dazu führt, dass man es eher ignoriert. Außerdem gibt es immer wieder die Tendenz, dass LGBTI-Plus-Kämpfe quasi als bloßes Anhängsel des Frauenkampfes gesehen werden und auch die Beschäftigung damit überlässt man dann Frauen, schließlich richtet sich ja beides gegen das Patriarchat. Dabei muss uns aber eigentlich klar sein, dass die Unterdrückung und die Gewalt, die unsere LGBTI-Plus-Klassengeschwister tagtäglich erfahren, wirklich jede von uns angeht und wir solidarisch für ein selbstbestimmtes Leben kämpfen müssen. Es gibt hier auch positive Ansätze. Ich finde zum Beispiel super, dass es immer mehr Städte gibt, in denen Aktionen und Demos zum Gedenken an die Stonewall-Riots organisiert werden. Insgesamt erfordern diese Kämpfe aber eine deutlich größere Aufmerksamkeit, als sie aktuell bekommen, auch innerhalb der revolutionären Bewegung. Da sind wir uns glaube ich einig. Ja, jetzt haben wir relativ viel über die Vergangenheit und über den Kampf gegen LGBTI-Plus-Unterdrückung gesprochen. Aber wie sieht die Lage von LGBTI-Plus heute eigentlich konkret aus? Vielleicht kannst du uns darüber ja noch ein bisschen was erzählen, Sarah. Ja, ich glaube, die Lage ist weit prekärer, als man in manch so einer Alltagsdiskussion vermuten könnte. Wenn man sich in Deutschland mit verschiedenen Menschen unterhält, dann bekommt man ziemlich häufig zu hören, dass man sich ja eigentlich einfach mal freuen soll, dass man nicht in irgendeinem reaktionäreren oder vielreaktionäreren Land lebt. Und das hört man nicht nur von offenen LGBTI-Plus-Feinden, sondern ja, ist letztlich auch der Grundtenor auf irgendwelchen CSDs und Co., dass es irgendwo anders ja ganz viel schlimmer ist und dass wir uns deshalb hier einfach freuen sollen. Natürlich hat man in Deutschland gewisse Rechte, das will ich gar nicht infrage stellen und es ist sicher auch ein Fortschritt, dass ich gemeinsam mit einer Partnerin durch die Straßen laufen könnte, ohne strafrechtlich verfolgt zu werden. Das heißt aber nicht, dass es hier keine Unterdrückung mehr geben würde. Also auch in Deutschland kann man LGBTI-Plus zu den besonders unterdrückten Teilen unserer Klasse zählen, also zu den Teilen, die über ihre Klassezugehörigkeit hinaus noch eine besonders starke Unterdrückung auf gesellschaftlicher Ebene erleben. Diese Unterdrückung hat halt verschiedene Seiten. Also sie zeigt sich zum Beispiel über reaktionäre Gesetzgebung, aber auch bei Diskriminierung im Job oder ja bei häuslicher Gewalt natürlich auch. Ein Beispiel für reaktionäre Gesetzgebung hast du ja eben selber schon genannt. Ich würde es vielleicht noch ein kleines bisschen ergänzen. Da geht es um die Abschaffung von diesem Paragrafen 175 im Strafgesetzbuch, also diesem sogenannten schwulen Paragrafen. Interessant ist vielleicht, wie unterschiedlich damit in unterschiedlichen Teilen von Deutschland umgegangen wurde. Also nach dem Hitlerfaschismus hat zum Beispiel die BRD einfach den Naziparagrafen übernommen, während die DDR nur die alte Fassung übernommen hat. Ab Ende der 50er Jahre wurden in der DDR gar keine homosexuellen Handlungen mehr unter Männern geahndet. In der BRD hat es bis 1994 gedauert, bis der Ersatz losgestrichen worden ist. Das hatte zum Beispiel zur Folge, dass in der BRD 64.000 Menschen wegen dieses Paragrafen noch verurteilt wurden sind nach dem Hitlerfaschismus, also ja, im Bestehen der BRD halt. Bis 2017 haben diese Menschen auf die Möglichkeit der Rehabilitierung gewartet und zum Beispiel die Möglichkeit, Entschädigungen zu bekommen. 2017 wurde das dann gewährt, also dass Leute dafür entschädigt werden können. Das hat aber eigentlich gar keinen Effekt mehr gehabt, weil ganz viele Betroffene bereits verstorben sind, zum Beispiel an den Langzeitfolgen ihrer Verfolgung und ihrer Haft, aber in Teilen natürlich auch aufgrund einfach des Alters. Das heißt, da hat man dann 2017 irgendwie gesagt, so ein bisschen, ja, werbemäßig, dass man die Leute jetzt dafür entschädigen kann, aber die Entschädigung war weder hoch, noch hat sie in den allermeisten Fällen stattgefunden. Es gibt allerdings auch viele aktuellere Gesetze und Beispiele, an denen wir uns irgendwie orientieren können. Also wir wollen jetzt nicht nur über einen Paragrafen reden, der vor 30 Jahren abgeschafft wurde und die Langzeitfolgen davon, sondern wir können uns genauso die aktuelle Gesetzgebung angucken. Da kann man zum Beispiel das TSG nennen, also das Transsexuellengesetz. Das hat die ja Vorschriften zur Personenstandsänderung geregelt, also wann man letztlich sein Geschlecht ändern darf, zum Beispiel in seinen Dokumenten. Dafür braucht man oder hat man nach dem TSG relativ viele, größtenteils auch teure und extrem stigmatisierende Gutachten gebraucht, um quasi seine Transgeschlechtlichkeit feststellen zu lassen. Im Sommer letzten Jahres hat die Bundesregierung dann den Entwurf des Nachfolgers des Transsexuellengesetzes beschlossen, das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Und im Selbstbestimmungsgesetz wird jetzt zukünftig die Änderung des Namens und des amtlichen Geschlechtseintrags für trans-, inter- und nichtbinäre Personen geregelt. Mit diesem neuen Gesetz sind nicht mehr zwei psychologische Gutachten notwendig und auch kein teures Gerichtsverfahren, sondern eine Erklärung gegenüber dem Standesamt reicht aus, dafür seinen Geschlechtseintrag zu ändern. Das ist erstmal ganz grundsätzlich eine hart erkämpfte Verbesserung gegenüber dem TSG. Es ist aber gleichzeitig auch die einzige Verbesserung. Also während das Selbstbestimmungsgesetz überall ganz groß gefeiert wird, hat es eigentlich halt nicht so viel positiven Inhalt, abgesehen ja davon, dass eben diese psychologischen Gutachten nicht mehr notwendig sind. Weil ja in der Öffentlichkeit zwar viel darüber diskutiert wird, dass dieses Gesetz jetzt total revolutionär wäre, in der Realität das Ganze aber eben anders ist. Also der Rest des Gesetzestextes ist nicht wirklich im Interesse von Transpersonen. Beispielsweise ist eine Sonderregelung eingeführt wurden mit diesem Gesetz, die die Änderung des Geschlechtseintrages als ungültig erklärt, sobald in Deutschland Krieg geführt wird und man den Verteidigungsfall ausruft. Darüber hinaus werden von allen Menschen, die eine Änderung vornehmen, die Daten unter anderem an das Bundeskriminalamt, an die Bundespolizei, an den Verfassungsschutz und an das Landeskriminalamt weitergegeben, also an alle staatlichen Repressionsbehörden. Und bei MigrantInnen wird auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge informiert. Die Änderung soll sogar nicht wirksam werden, wenn eine Abschiebung bevorsteht. Das heißt, wer vom deutschen Staat abgeschoben werden soll, der hat laut diesem Staat kein Recht auf Selbstbestimmung. Ein weiteres Beispiel, also es geht sogar noch weiter, für eingeschränkte Rechte wäre der Umgang mit intergeschlechtlichen Personen. Also Personen, die bei ihrer Geburt keinem der beiden binären Geschlechter zugeordnet werden können. Während geschlechtsangleichende OPs laut ärztlicher Leitlinien nicht mehr empfohlen werden sollen, sieht auch hier die Realität eigentlich ganz anders aus und viele Ärztinnen drängen Eltern dazu, ihre Kinder operieren zu lassen, falls Eltern nicht selber diesen Wunsch äußern, ob aus reaktionärer Einstellung heraus oder weil sie vielleicht Angst haben, dass ihr Kind es sonst schwer haben könnte. Seit diese OPs aus den ärztlichen Leitlinien verschwunden sind, ist die Anzahl der OPs faktisch nicht zurückgegangen, weil man sich die Statistiken anguckt. Das heißt, es gibt heute eigentlich schon noch sehr viele Gründe, um ja über eine prekäre Lage von LGBTI-Plus-Personen zu diskutieren, um darüber zu diskutieren, dass sie eben besonders unterdrückt sind in Deutschland und das auch einfach ja in der Praxis festzustellen. Ich habe jetzt ein bisschen was zu verschiedenen Aspekten erzählt, die man sich angucken kann, ja unter anderem auch zur rechtlichen Lage. Ich glaube aber, dass es auch helfen kann, das Ganze nochmal plastischer zu machen, wenn wir uns angucken, wie eigentlich in Deutschland die Leute darauf so schauen. Also was sind eigentlich so die verschiedenen Ansichten, Meinungen, Wahrnehmungen zu diesem Thema? Ja, wir können uns die Ipsos Pride-Studie zum Beispiel angucken. Für diese Studie werden in Deutschland in gewissen Abständen tausend Menschen zwischen 16 und 74 Jahren befragt und die Ergebnisse zeigen im Wesentlichen drei Dinge. Erstens gibt es noch verhältnismäßig viele Menschen, die LGBTI-Plus-Personen gewisse Rechte absprechen würden, wie zum Beispiel das Recht auf Adoption. Zweitens sieht man, dass die rechte Hetze wirkt, denn in einigen Bereichen ist die Akzeptanz für LGBTI-Plus-Personen in den letzten Jahren rückläufig gewesen. Drittens sind die Deutschen im Vergleich zum Durchschnitt der anderen 30 Länder, die in der Studie untersucht werden, eher rückschrittlicher oder reaktionärer, was also die These, dass hier in Deutschland grundsätzlich alle super offen sind, eher widerlegt. Die Ehe für alle beispielsweise hat an Zustimmung eingebußt. Mittlerweile stimmen zwar noch 62 Prozent der Befragten zu, dass gleichgeschlechtliche Paare in Deutschland legal heiraten dürfen. Das sind allerdings sechs Prozentpunkte weniger als bei der letzten Studie vor zwei Jahren. 13 Prozent sind dagegen, dass gleichgeschlechtliche Paare rechtlich anerkannt werden sollten. Auch in Italien, Großbritannien, Kanada und in den USA ist die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Ehen stark rückläufig. Auch in der Frage der Adoption sind die Zahlen rückläufig. So gaben zwar zwei Drittel an, dass Homosexuelle bei der Adoption von Kindern die gleichen Rechte haben sollten wie heterosexuelle Paare. Das sind aber zwei Prozentpunkte weniger als zuvor. Vor zehn Jahren lag der Wert sogar noch bei 71 Prozent. Es sind zum Beispiel 28 Prozent, also fast ein Drittel der Befragten, dagegen, dass Transpersonen bei nach Geschlechtern getrennten Einrichtungen wie öffentlichen Toiletten es ihnen gestattet sein sollte, die Einrichtungen zu nutzen, die dem Geschlecht entsprechen, mit dem sie sich identifizieren. 35 Prozent sind dagegen, dass die Kosten für geschlechtsangleichende Operationen genau wie die Kosten für andere medizinische Verfahren von der Krankenversicherung übernommen werden sollte. Die Umfragen zeigen also, dass LGBTI-Plus-Feindlichkeit durchaus verbreitet ist, auch heute noch. Welchen Einfluss hat dieses Klima denn auf das alltägliche Leben von LGBTI-Plus? Vielleicht magst du darüber reden, Sarah? Du hast gerade, glaube ich, schon ganz gut festgestellt, dass sich entgegen der allgemeinen Meinung die Lage von LGBTI-Plus-Personen nicht automatisch jedes Jahr verbessert. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein exponentielles Wachstum an Akzeptanz oder so, was wir in Deutschland haben, sondern eigentlich hängt die Akzeptanz von LGBTI-Plus-Personen, also wie sehr die Gesellschaft diese Menschen akzeptiert, sehr stark damit zusammen, wie die allgemeine politische Stimmung ist. Und das kann sich eben auch sehr schnell verändern. Wenn wir uns zum Beispiel Deutschland angucken, dann sehen wir, dass hier rechte Politik wieder zunimmt, dass faschistische Parteien und auch Organisationen wieder auf dem Vormarsch sind. Und das spiegelt sich auch in der Haltung wieder. Das haben ja die Studien, die du gerade vorgestellt hast, eigentlich auch schon gezeigt. Und man sieht, dass LGBTI-Plus-Feindlichkeit auch weit über die Gesetzesbücher hinaus verfestigt ist. Also nicht nur über die Paragraphen, über die wir gerade geredet haben, sondern auch hier in der gesellschaftlichen Stimmung. Und da können wir uns auch noch eine andere Studie angucken. Zum Beispiel die Studie, die 2020 von der Agentur der EU für Grundrechte veröffentlicht wurde. Da haben ja 140.000 Befragte geäußert, ja wie offen sie ihre Sexualität und ihr Geschlecht ausleben. Und ja nur die Hälfte davon hat gesagt, dass sie sich trauen, offen über ihre Sexualität und ihr Geschlecht zu sprechen, das offen auszuleben. Ein Viertel hat sogar angegeben, dass sie ja Diskriminierung am Arbeitsplatz erlebt haben. Ein Drittel hat angegeben, dass sie sich ja auch in der Freizeit durch das patriarchale Gesellschaftsumfeld eingeschränkt fühlen. In den letzten fünf Jahren wurden 13 Prozent der befragten LGBTI-Plus-Personen, also in der Studie, die ich gerade vorgestellt habe, werden nur LGBTI-Plus-Personen gefragt, angegeben, dass sie ja körperlich angegriffen worden sind. 36 Prozent haben angegeben, dass sie verbal angegriffen wurden. Und nur ein Zehntel der Befragten hat angegeben, dass sie ihre Angriffe juristisch erfassen lassen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es eine extrem hohe Anzahl an Angriffen gibt, die gar nicht erfasst werden, sowohl im verbalen als auch im körperlichen Bereich. Das wird dann nochmal bestärkt, wenn man sich anguckt, wie viele Befragte angegeben haben, dass sie sich vor diskriminierenden Maßnahmen des Staatsapparats fürchten und deshalb die Gewalt nicht zur Anzeige bringen. Das ist nämlich rund ein Viertel der Befragten. Auch in Deutschland lässt sich ein ganz konkreter Anstieg beobachten. Das habe ich ja eben schon mal so angedeutet. Laut Zahlen des Bundeskriminalamts und des Bundesinnenministeriums wurden 1499 Fälle im Bereich sexuelle Orientierung und 854 Fälle im Bereich geschlechtsverzogene Diversität gemeldet, also Straftaten. Das bedeutet, dass es einen Anstieg von Vorfällen gegen lesbische, schwule, bisexuelle und queere Menschen um etwa 49 Prozent gegeben hat. Und ja, gegen trans-, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen sind sogar die Straftaten um 105 Prozent angestiegen. Auch hier können wir jetzt wieder davon ausgehen, dass es eine weit höhere Dunkelziffer gibt, weil wir ja in der Studie vorher gerade festgestellt haben, dass sehr viele der Straftaten überhaupt nicht gemeldet werden. Ja, dass es eben diese verhältnismäßigen wenigen Anzeigen gibt, das zeigt, glaube ich, schon, dass die Polizei und auch der Staatsapparat im Allgemeinen eigentlich einen denkbar schlechten Status in der LGBTI-Plus-Gemeinschaft haben. Wobei man hier, glaube ich, schon aufpassen muss, das zu verallgemeinern und sich bewusst machen muss, dass es in Deutschland eben nochmal anders ist als in anderen Ländern, wo auch der Staat nochmal wesentlich repressiver ist. Also zum Beispiel die erste Studie befasst sich ja mit ganz verschiedenen Ländern, während sich jetzt das zweite nur auf Deutschland bezieht. Genau. Erstmal können wir aber schon daraus einen Rückschluss ziehen, dass zumindest Teile der LGBTI-Plus-Gemeinschaft erkennen, dass der Staat ein Unterdrückungsinstrument ist, das nicht in ihrem Sinne handelt. Und dass sie ja letztlich ihn als ihnen feindlich gesinnte Institutionen wahrnehmen. Ja, wenn wir uns darüber hinaus nochmal was anderes angucken wollen, dann können wir uns ja angucken, dass ABTI-Plus-Personen auch eine deutlich höhere Anfälligkeit haben für Drogensucht und Armut. Also das belegen dann wieder andere Studien. Auch wenn ich denke, dass es halt nicht so viel Sinn macht, jetzt hier 20 Zahlen runterzurattern, das kann sich, glaube ich, eh keiner merken. Aber das ist erstmal halt relativ verbreitet. Auch zum Beispiel sind die Suizidraten insbesondere bei Transpersonen überdurchschnittlich hoch. Also ich glaube, man sagt im Schnitt so fünfmal so hoch, ja, wie bei anderen Menschen. Ja, damit wir jetzt auch wirklich nochmal davon wegkommen, ganz viele Zahlen zu diskutieren, würden wir uns vielleicht nochmal ein bisschen mit den Ursprüngen auseinandersetzen. Also vielleicht erklären, warum ist die Lage denn, wie sie ist. Weil bisher haben wir sie ja vor allen Dingen beschrieben und haben ja auch über historische letztlich ja Events geredet. Aber jetzt wäre es vielleicht nochmal cool, so ein bisschen marxistische Basics reinzubringen. Also woraus ergibt sich denn überhaupt die besondere Unterdrückung von LGBTI plus? Was ist die Ursache davon? Und ja, dazu könnte ich jetzt vielleicht einfach nochmal ein bisschen was erzählen. Ja, klar, das kann ich gerne tun. Ganz grundlegend ergibt sich die Unterdrückung von LGBTI plus aus dem Patriarchat, also der seit Jahrtausenden bestehenden Ausbeutung und Unterdrückung auf Basis des Geschlechts. Im Patriarchat werden nicht nur Frauen unterdrückt, sondern eben auch jene Menschen, die das binäre Geschlechtersystem und das heteronormative Bild der bürgerlichen Kleinfamilie, also das klassische Bild von Vater, Mutter, Kind, sprengen. Das kapitalistische System stützt sich ganz massiv auf das Patriarchat und auf die bürgerliche Kleinfamilie mit klar verteilten Geschlechterrollen. In unserer Folge zur Frauenrevolution und der Situation der Frau im Sozialismus haben wir uns recht ausführlich damit beschäftigt. Die könnt ihr euch auch also gerne nochmal anhören, wenn ihr tiefer in das Thema einsteigen wollt. Um es vielleicht in aller Kürze zusammenzufassen, könnte man es so sagen. Wenn die Frauen in der Gesellschaft unbezahlt den Großteil der reproduktiven Arbeit, also Kochen, Putzen, Kindererziehung und so weiter schultern und die reproduktive Arbeit also im Privaten stattfindet, wird es möglich, den Männern niedrigere Löhne auszuzahlen und den Ausbeutungsgrad insgesamt zu erhöhen, da der Wert der wahre Arbeitskraft sinkt. Der Wert der wahre Arbeitskraft ergibt sich nämlich aus der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit für ihre Reproduktion oder den Reproduktionskosten. Wenn die Reproduktionsarbeit unbezahlt von Frauen verrichtet wird, müssen sich die ArbeiterInnen weniger Dienstleistungen kaufen, um ihr Leben zu bestreiten. Das macht es für die KapitalistInnen möglich, geringere Löhne auszuzahlen und damit größere Profite einzufahren. Die bürgerliche Kleinfamilie, in der die reproduktive Arbeit organisiert wird und das meistens auf dem Rücken von Frauen, die sich durch anerzogene Rollenbilder und gesellschaftlichen Druck auch dafür verantwortlich fühlen, ist also essentiell wichtig, um den KapitalistInnen maximale Profite zu ermöglichen. Ob die Frau daneben noch eine Teilzeit oder auch eine Vollzeitstelle hat, ist übrigens eher nachrangig. Trotzdem bleibt in den meisten Fällen die Hausarbeit an ihr hängen. Sie wird dann eben auch mehrfach ausgebeutet, nämlich einmal bei der unbezahlten Hausarbeit und einmal auf der Lohnarbeit. Okay, und warum denkst du, ist das jetzt so wichtig oder warum spielt das so eine wichtige Rolle, wenn wir über die Grundlage der Unterdrückung von LGBT-Plus-Personen sprechen? Vielleicht magst du das nochmal kurz erläutern? Ja klar, auf jeden Fall. Also wenn die bürgerliche Kleinfamilie und die Geschlechterrollen in dieser eine wichtige Stütze für die Profite der KapitalistInnen sind, dann haben die KapitalistInnen ein Interesse daran, all jene zu bekämpfen, die aus diesem Familienbild und aus diesen Geschlechterrollen herausfallen. Die Menschen sollen also gesellschaftlich und damit meine ich auch juristisch und ökonomisch unter Druck gesetzt werden, sich an diese vorgegebenen Rollen anzupassen. Ich denke, eine ganz zentrale Schlussfolgerung daraus ist, dass der Kampf gegen die Unterdrückung von LGBT-Plus immer auch der Kampf gegen den Kapitalismus sein muss. Ja, Reformen können das Leben von LGBT-Plus verbessern und es lohnt sich auch, für diese zu kämpfen, aber der Kampf für Reformen wird der Unterdrückung, dem Hass und der Gewalt nicht die Grundlage entziehen. Es kann also keinen Kapitalismus minus LGBT-Plus Unterdrückung geben, genauso wenig wie es einen Kapitalismus minus Patriarchat geben kann, auch wenn manch einer oder manch eine sich das vielleicht wünscht. Der Hass gegen LGBT-Plus wird im Kapitalismus immer eine Basis haben, die KapitalistInnen werden immer ein Interesse daran haben, dass sowas existiert, auch wenn sie aus taktischen Erwägungen je nach den Erfordernissen der aktuellen Zeit regulieren werden, wie offen dieser Hass sich äußern soll. Mal mehr, mal weniger. Aber ein wirklich selbstbestimmtes Leben wird im Kapitalismus niemals möglich sein, das müssen wir uns glaube ich klar machen. Ja, also wie schon gesagt, im kapitalistischen System wird immer versucht werden, Menschen je nach Geschlecht in ihre vorgegebenen Rollen zu pressen, mit einer vorgegebenen Vorstellung von Familie, Geschlecht und von Sexualität. Ja, vielleicht kannst du nochmal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, wie genau sowas im kapitalistischen System eigentlich funktioniert, Sarah. Genau, also wir sehen ja schon, wenn wir uns das angucken, was du eben gesagt hast, dass der Kapitalismus eben eine sehr enge Vorstellung davon hat, falls man das so formulieren kann, wie Familie auszusehen hat, also die bürgerliche Kleinfamilie und wie in diesem Kontext eben auch Sexualität auszusehen hat, aber eben auch Geschlecht. Also letztlich braucht der Kapitalismus ja zwei verschiedene Rollen, Mann und Frau und dadurch ist letztlich ja Geschlecht eine sehr eingeengte Kategorie, die sich vor allen Dingen ja danach richten soll, was der Kapitalismus halt zur Reproduktion benötigt und dementsprechend gibt es erstmal nur diese zwei Rollen. Das kann man jetzt wahrscheinlich sehr, sehr weit ausführen, was quasi ist Geschlecht eigentlich und so weiter. Das würde ich jetzt in diesem Podcast eher nicht machen, weil es glaube ich sehr ausschleifend wäre und man sich dafür eher genug Zeit nehmen sollte. Man kann aber erstmal ganz grundsätzlich feststellen, dass dem im Kapitalismus sehr, sehr enge Grenzen gesetzt werden, die im Wesentlichen damit zusammenhängen, wie der Kapitalismus auch ökonomisch gesehen funktioniert, also die Unterdrückung von LGTB plus eben eine ökonomische Basis hat im Kapitalismus. Ja und jetzt können wir uns ja nochmal angucken, wie das dann ganz genau aussieht und was wir uns eigentlich vorstellen würden, ist glaube ich, dass man ja nicht den ökonomischen Zwängen im Kapitalismus unterliegt darin, wie man sein Geschlecht zum Ausdruck bringen kann. Also was heißt zum Ausdruck bringen, aber wie offen man sagen kann, welchem Geschlecht man angehört, ja oder eben wie offen man seine Sexualität zeigen kann oder dazu stehen kann, dass man vielleicht nicht heterosexuell ist, sondern erstmal haben wir glaube ich als Kommunistinnen grundsätzlich die Vorstellung, dass es Menschen möglich sein sollte, sich frei zu entfalten und ja, ihr, ja einfach jeder Mensch die gleichen Rechte haben sollte, egal welchem Geschlecht er angehört oder welche Sexualität er hat. Das kapitalistische System treibt aber die Kosten davon, genau das zu tun, extrem in die Höhe. Also die Kosten von etwas, was wir eigentlich als selbstverständlich empfinden, was wir denken, ein grundsätzliches Recht sein sollte von Menschen. Wer also zum Beispiel nicht binär oder auch trans ist und sein Geschlecht offen zeigen möchte oder wer seine Sexualität jenseits der bürgerlichen Vorstellungen frei entfalten oder ausleben will, der ist mit allen möglichen Formen von Repression, von gesellschaftlicher Ächtung, aber auch von Gewalt und Pöbeleien auf der Straße konfrontiert. Da überlegt man sich, dass im Zweifelsfall eben zweimal oder noch mehr Male, wie offen man mit dem eigenen Transsein oder der eigenen Sexualität umgeht und ob man sich als Jugendlicher zum Beispiel überhaupt erlaubt, Dinge wie die eigene Sexualität zu hinterfragen oder ob man nicht von Anfang an ja den einfacheren Weg geht, sich selber einzureden, dass man zum Beispiel heterosexuell ist, wodurch es ja auch immer wieder kommt, dass Menschen eben erst im späteren Verlauf ihres Lebens wirklich feststellen, welche Sexualität sie eigentlich haben oder auch welches Geschlecht sie haben, weil sie sich gar nicht trauen, das zu hinterfragen. Ja, der kapitalistische Staat geht dabei bei der Repression jetzt nicht immer mit dem Vorschlaghammer vor, sondern er muss eigentlich immer wieder auch bestimmte Zugeständnisse machen an LGBTI+. Einfach weil die sich die über den Lauf der Jahre in der Geschichte halt erkämpft haben. Er schafft auf der anderen Seite eben auch Integrationsmöglichkeiten. Das ist ja immer so ein bisschen die andere Seite der Repression, die letztlich ja den konsequenten Widerstand ein bisschen eindämmen sollen. Das kennen wir ja auch aus verschiedenen anderen Bereichen, wo der Staat versucht, den Widerstand zu integrieren. Also das passiert jetzt ja nicht nur der LGBTI-Plus-Bewegung. Beispielsweise, indem er zum Beispiel ehemals kämpferische linke AktivistInnen mit lukrativen Posten im Gewerkschaftsapparat lockt oder ja zum Beispiel irgendeinem Posten bei einer NGO und sie so handzahm macht. Ja, LGBTI-Plus wird also heute in Deutschland schon eine gewisse Akzeptanz zugestanden. Es wird aber trotzdem immer versucht, sie ein Stück weit in das Bild der bürgerlichen Kleinfamilie hineinzupressen, beziehungsweise eigentlich soweit es irgendwie geht. Das sehen wir an verschiedenen Aspekten. Also einmal daran, dass man versucht, die Leute in ein Geschlecht zu pressen und immer wieder eben schon versucht, die Leute irgendwie zuzuordnen zu den beiden binären Geschlechtern Mann und Frau. Das sehen wir aber auch daran, dass man zum Beispiel versucht, ihnen das bürgerliche Familienmodell aufzuzwingen, wenn sie eine andere Sexualität haben. Die Ehe für alle ist also sicherlich irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite ist es halt richtig, alle Menschen sollten dieselben bürgerlich-demokratischen Rechte haben und man kann sie nicht einfach Personen, die nicht heterosexuell sind, aberkennen und sagen, ja alle dürfen heiraten, aber ihr dürft nicht. Auf der anderen Seite ist die Ehe an sich jetzt als Kommunistin nicht unbedingt etwas, was sich unterstützen würde, sondern erstmal geht es da vor allen Dingen um die bürgerliche Kleinfamilie und auch darum, die zu propagieren. Die Ehe an sich bringt auch Nachteile für Frauen mit sich, zum Beispiel, dass sie ja absichtlich finanziell abhängig gemacht werden, darüber, dass es halt bestimmte Vorteile, Steuervorteile gibt, wenn man heiratet, die aber eben ja vor allen Dingen die Person begünstigen, die mehr verdient. Also vor allen Dingen in der Regel die Männer. Das bedeutet an der Ehe, das jetzt abschließend zu diskutieren würde, glaube ich, sehr viel Zeit kosten, aber an sich kann man halt sehr viele Kritikpunkte haben und dadurch wird so eine Diskussion natürlich irgendwie dann, ja, schwieriger oder kriegt zumindest mehr Ebenen. Auch man eben, denke ich, grundsätzlich immer dafür eintreten sollte, dass Leute erstmal dieselben demokratischen Rechte haben sollten und dementsprechend es halt keinen Sinn macht, sich gegen etwas wie die Ehe für alle zu stellen und trotzdem muss man anerkennen, dass sie eben versucht, ja nicht heterosexuelle Beziehungen ins Bild der bürgerlichen Kleinfamilie irgendwie reinzupressen und dann zu sagen, naja, es ist halt okay, dass ihr eine Beziehung führt, solange ihr das möglichst ähnlich macht, wie wir uns das eben vorstellen. Ja, dementsprechend gibt es dann eben schon Menschen mit den schwulen CDU-Politiker Jens Spahn, der ganz fest an der Seite des Kapitals steht und der auch im Grunde genommen ein zutiefst bürgerliches Leben lebt und vergleichsweise wenig Hass abbekommt. Einfach weil er sich auch sehr gut an das anpasst, was das kapitalistische System von ihm erwartet und weil er darin sowieso schon eine privilegierte Stellung hat, einfach weil er Teil der Kapitalistenklasse ist. Genau, das ja beeinflusst natürlich sein Leben und zeigt eben auch, dass die Klassenfrage auch in der LGBTI-Flussfrage im Vordergrund steht, beziehungsweise da halt die Grundlage bietet dafür, ja, wie schwer oder wie leicht man das eben im kapitalistischen System hat. Da man sich seine Sexualität ja jetzt auch nicht einfach aussuchen kann, geraten dann auch solche Politiker und Politikerinnen immer wieder in sehr offensichtliche Widersprüche. Also, ne, Jens Spahn, der befindet sich auch in einem gewissen Widerspruch dadurch, dass er eben einfach ein konservativer CDUler ist, der ansonsten nur sehr reaktionäre Positionen vertritt. Aber er hat es durch seine, ja, ansonsten der starke Angepasstheit eben doch sehr leicht. Und ähnlich ist es bei der, ja, lesbischen AfD-Politikerin Alice Weidel auch. Die hat ja eigentlich erst vor, ja, gar nicht allzu langer Zeit diesen Satz rausgehauen, ich bin nicht queer, sondern ich bin mit einer Frau verheiratet, die ich seit 20 Jahren kenne. Die Satz ist natürlich absoluter Quatsch. Also, was will sie damit halt sagen? Sie will irgendwie sagen, es gibt irgendwie diese einen Lesben und es gibt mich. Ich bin irgendwie eine konservative Frau und sie will quasi nicht danach irgendwie bewertet werden. Sie will irgendwie versuchen, das aus dem Bild von ihr halt so rauszuschneiden. Auf der anderen Seite will sie natürlich irgendwie darauf anspielen, diesen ganzen Hate, den die AfD ja auch selber schürt, dass letztlich ja da vor allen Dingen um Kultur gehen würde oder so bei Queerness, wo sie ja immer sehr, sehr stark gegen die LGBTI-Plus-Bewegung halt hetzen und sagen, ja, das machen die Leute irgendwie alles aus Langeweile oder so und davon will sie sich halt selber distanzieren. Das heißt, obwohl sie lesbisch ist, profitiert sie halt selber in ihrer politischen Karriere davon, Hetze gegen LGBTI-Plus zu machen und schafft es halt noch das miteinander zu verbinden. Ja, wo wir jetzt schon beim Thema sind oder wo wir vielleicht gerade von Alice Weidel gesprochen haben, können wir auch noch mal über die AfD im Allgemeinen reden bzw. so ein bisschen über die faschistische Bewegung und da wäre vielleicht die Frage, die ich noch mal an dich zurückgeben würde. Welchen Einfluss hat denn die faschistische Bewegung auf die Lage von LGBTI-Plus? Also, wenn wir uns die heutige Situation von LGBTI-Plus anschauen, spielt der Aufstieg der AfD, aber auch der allgemeine Rechtsruck und das Erstarken faschistischer Kräfte schon eine wichtige Rolle. Die Faschisten propagieren sehr offensiv das traditionelle Familienbild und verbreiten ihre ekelhafte Hetze gegen LGBTI-Plus. Damit sprechen sie bei einigen Menschen auch eine gewisse psychologische Komponente an. Die Menschen wünschen sich in unserer komplexen Welt und vor dem Hintergrund ihrer auch realen sozialen Abstiegsängste dann eine in Anführungszeichen gute alte Zeit zurück. Die hat es vermutlich so nie gegeben, aber klar ist, dass LGBTI-Plus in ihr keinen Platz haben. Fällt es euch stärker für das Thema Faschismus interessiert und da ein bisschen detaillierter einsteigen wollt, Sarah und ich haben dazu auch vor gar nicht allzu langer Zeit eine Folge gemacht, die könnt ihr euch gerne noch anhören. Festhalten können wir jedenfalls. Es gibt massive Angriffe auf die LGBT-Plus-Community, auch in Deutschland und vor allem aus der rechten Ecke. Die Hetze ist auf Social Media sehr präsent, schlägt aber auch immer häufiger in Pöbeleien und Gewalt auf der Straße um. Dazu hat Sarah ja eben schon Zahlen genannt. Dabei stehen die Rechten vor dem relativ offensichtlichen argumentativen Problem, dass die eigene Sexualität, das eigene Geschlecht ja eigentlich vor allem einen selbst betrifft und man damit so gesehen erstmal niemandem schadet. Deshalb inszenieren sie dann einen Kulturkampf und fürchten quasi den Zerfall der Zivilisation, weil Menschen so leben, wie sie wollen und lieben, wen sie wollen. Die Faschisten sind praktisch gezwungen, sich irgendwelche Geschädigten auszudenken, die angeblich unter der Akzeptanz von LGBTI-Plus zu leiden hätten. Sie sprechen dann von Kindern, die dadurch, wie sie es sagen, früh sexualisiert würden, von Jugendlichen, die aus Langeweile, Verwirrung oder Geltungsdrang Pubertätsblocker einnehmen und das dann später bereuen würden und von Frauen, die auf der Frauentoilette von Transfrauen vergewaltigt werden würden. Das sind plumpe homo- und transfeindliche Argumente und die sind auch erstmal ziemlich leicht zu widerlegen, sind aber teilweise eben auch über das faschistische Lager hinaus anschlussfähig. Das gesellschaftliche Klima verschärft sich also. Ja, daran anschließen können wir vielleicht mit der Frage, was wir jetzt eigentlich dagegen tun wollen. Wie können wir uns eigentlich langfristig Angriffen auf LGBTI-Plus entgegenstellen und wie verhalten wir uns zu bürgerlichen Events, wie zum Beispiel die Pride-Demos oder die CSDs? Ja, vielleicht fangen wir einfach mal direkt an mit diesen Pride-Paraden. Also wenn wir uns in diesem Jahr umsehen, dann sehen wir eigentlich wieder ganz viele große Konzerne. Wir haben sogar Monopole wie Disney, die in ihren Freizeitparks sogar ihre eigene Pride veranstalten und wir haben natürlich Konzerne wie Mercedes oder BMW, die einfach ihre Logos auf Twitter bunt färben. Natürlich immer nur schön in den Staaten, in denen das mit der Regierung kein Problem ist, aber so grundsätzlich ist das irgendwie so ein gängiges Mittel, was die Leute halt so machen, was die Konzerne halt so tun. Aber auch der Staat in Form von Regierungsparteien oder der Gewerkschaft der Polizei lässt sich auf diesen Pride-Paraden blicken und dann da immer schön ablichten mit so ein paar Fotos. Das hat die CDU sogar in dem Jahr gemacht, in dem sie gegen die Ehe für alle gestimmt hat. Also da sieht man so ein bisschen auch ganz schön die Widersprüchlichkeit davon. BMW ist auch ein ganz gutes Beispiel, was ich gerade schon so angerissen habe. Es handelt sich ja letztlich um eins von unzähligen deutschen Unternehmen, die noch im Hitlerfaschismus unter anderem von der Zwangsarbeit von homosexuellen Menschen profitiert haben, die jetzt aber den Pride-Month einfach nutzen, um das eigene Image aufzupolieren und zu zeigen, wie unfassbar divers und toll und akzeptierend sie halt sein sollen. Neben dieser Anpassungsfähigkeit des deutschen Imperialismus oder des Imperialismus im Allgemeinen, also zum Beispiel, dass man im Pride nur da feiert, wo es eben auch legal ist, zeigen solche Beispiele auch, dass LGBTI-Plus-Personen für kapitalistische Großkonzerne nichts anderes sind als eine Marktnische, mit der man Profite scheffelt und ja letztlich von einer unbequemen Geschichte der Gegenwart, der Ausbeutung ablenken kann. Also ja, letztlich kann man heute so tun, als hätte man mit der Ausbeutung von LGBTI-Plus-Personen in anderen Ländern zum Beispiel nichts zu tun, aber man kann sich auch richtig schön von seiner eigenen Vergangenheit distanzieren. Darüber hinaus hat diese, in Anführungsstrichen, Kapitalisierung der Pride noch einen anderen Effekt und zwar den Effekt, den es auf die Arbeit erinnert. Nämlich, dass man sich letztlich damit ein gutes Gewissen einfach erkaufen oder sogar erfeiern kann. Nämlich ein Auftritt auf der Pride simuliert erstmal, dass Unternehmen wie Starbucks und Co., die ja auch so schön Regenbogenlatte verkaufen, ja, dass man bei denen die richtigen Werte direkt mit einkauft. Also jemand, ja, der fortschrittlich ist, wird sich eben vorstellen, dass diese Unternehmen irgendwie Teil der Lösung sind. Jelda hat da eben schon festgestellt, dass es im Kapitalismus eigentlich gar nicht wirklich geht. Also es kann kein 100 Prozent LGBTI-Plus-freundliches Unternehmen geben, weil der Kapitalismus selber und die Kapitalistenklasse von der Ausbeutung von Frauen und eben auch damit von Teilen der LGBTI-Plus-Gemeinschaft, ja, profitiert und auch von der Unterdrückung von LGBTI-Plus als Gesamten profitiert. Trotzdem versuchen uns diese Unternehmen, das eben weiß zu machen. Und ja, das läuft dann eben darauf hinaus, dass ein Unternehmen in der Pride mitläuft und ja, versucht zu symbolisieren oder vielleicht muss man fast schon sagen, zu simulieren, dass es besonders viel für die Befreiung von LGBTI-Plus tut. Und als Effekt gehen wir danach mit einem guten Gewissen in ihrem Laden einkaufen und fühlen uns plötzlich so, als könnten wir beim Kauf einer bestimmten Ware zeitgleich irgendwie was Gutes für die Bewegung tun. In den heutigen CSDs macht das leider nicht irgendwie einfach einen kleinen, ganz marginalisierten Teil aus, sondern letztlich sind Unternehmen und der deutsche Staat dort die führende organisatorische Kraft in den alljährlichen Paraden. Hier kommen wir zu einem Widerspruch, den wir uns einfach stellen müssen und der sich innerhalb der CSDs nicht auflösen lässt. Der Widerspruch, dass LGBTI-Plus-Befreiung im Kapitalismus nicht vollendet werden kann, die führende Kraft in den CSD-Paraden, also Paraden, die eigentlich dazu da sein müssten, ja, für LGBTI-Plus-Befreiung zu kämpfen und die sich ja auch historisch darauf berufen, letztlich durch den bürgerlichen Staat und Großkonzerne geleitet und geführt werden. Wir müssen also der Tatsache ins Auge blicken, dass die CSDs heute nicht aus Zufall Tanzparaden sind oder ja, fast schon Partys, sondern weil sich ihr Charakter aus dem Klasseninteresse ergibt, nämlich aus dem Klasseninteresse der Klasse, die dort die Führung innehat. Das ist ja dann am Ende die Kapitalistinnen-Klasse. Jetzt kann man natürlich sagen, dass es auch KapitalistInnen gibt, die zu den LGBTI-Plus zählen. Das ist auch erstmal richtig, das haben wir auch eben bei Jens Spahn und bei Alice Weidel schon festgestellt. Für sie bedeutet das aber in der Regel etwas sehr anderes, weil ihre Klassenherkunft sie vor vielen negativen Effekten beschützt. Zum Beispiel sind sie nicht von verschärfter Ausbeutung betroffen, weil sie letztlich selber Ausbeuterinnen sind. Sie profitieren sogar selber von der verschärften Ausbeutung, weil dadurch das allgemeine Lohnniveau gedrückt wird, dass sie eben anderen ArbeiterInnen und auch LGBTI-Plus-ArbeiterInnen zahlen müssen. Auch die meisten Einschränkungen im Gesundheitssektor, unter denen ja viele LGBTI-Plus-Personen stark zu leiden haben, haben eben KapitalistInnen nicht zu erleiden. Also zum Beispiel haben sie keinen schlechten Zugang zu geschlechtsangleichenden Operationen, ja auch einen besseren Zugang zu PsychologInnen, aber sie haben auch einfach bessere Connections und die meisten von ihnen sind ja auch PrivatpatientInnen. Abgesehen jetzt mal davon, dass sie einfach nicht davon abhängig sind, ob sie sich irgendeine Operation leisten können oder ob die von der Krankenkasse übernommen wird. Das ist einfach schlichtweg egal, wenn du genug Geld hast und du bist auch nicht davon abhängig, ob du irgendeinen Arzt gut erreichen kannst oder nicht. Also wenn du zum Beispiel in Deutschland auf dem Dorf lebst, dann ist es irgendwie sehr, sehr schwer, einen Arzt zu finden, der eine geschlechtsangleichende Operation mit dir macht und eine Psychologin, mit der du vorher die ja voraussetzenden Gespräche führen kannst. Das kann ja KapitalistInnen erstmal vollkommen egal sein, weil die findet schon ihren Arzt und wenn die dafür irgendwo hinfliegen muss, dann macht die das halt. Das könnte man jetzt ewig so weiterführen. Es führt uns aber vor allen Dingen zu der Erkenntnis, dass selbst KapitalistInnen, die LGBTI plus sind, bei der Organisierung der Pride primär ihr eigenes Interesse im Kopf haben und sich für dieses Interesse einsetzen. Und das primäre Interesse von LGBTI plus KapitalistInnen bleibt eben ihr Klasseninteresse und das versperrt ihnen letztlich den Weg, für eine echte Befreiung von LGBTI plus zu kämpfen. Die von ihnen geführten Demonstrationen können eigentlich gar nicht viel mehr sein als Tanzparaden, die zum Konsum anregen und die dabei irgendwie bestimmte Reformen fordern. Genauso wenig können diese Demonstrationen den Kapitalismus und das Patriarchat als Wurzel der LGBTI plus Unterdrückung entlarven. Ganz einfach, weil die führenden Kräfte darin gar kein Interesse daran haben und auch letztlich ihre Klassenherkunft in den Weg versperrt, dieses Interesse wirklich konsequent zu entwickeln. Im Gegenteil, eher werden diese Demos damit zum Mittel, um Menschen, die sich ehrlich für die Befreiung von LGBTI plus einsetzen wollen, zu integrieren und ihnen letztlich den Schwung aus ihren Forderungen rauszunehmen. Das wirft jetzt eine berechtigte Frage auf und zwar, was können wir denn tun? Wie sollen wir uns denn jetzt eigentlich zur kapitalistischen Pride verhalten? Schließlich sind ja nicht alle Leute, die da mitlaufen, irgendwie einfach schlechte Menschen oder handeln irgendwie absichtlich im Interesse des Kapitals oder so, sondern erstmal läuft ja in diesen Prides eine sehr große Masse an Menschen auch mit. Ich denke, wir müssen vor allen Dingen klar haben, dass wir eine richtige Einschätzung von diesen Prides brauchen und zwar, warum sie sind, wie sie sind. Diese Einschätzung haben wir ja gerade irgendwie auch gemeinsam gemacht. Und ja, dass es letztlich, ja, man sich halt fragen muss, inwiefern macht es das für uns möglich oder sinnvoll darin zu agieren? Also in welchem Maß wollen wir das tun? Wie wollen wir auch damit umgehen, dass dort eben ehrliche Teile unserer Klasse ja auch sind, die irgendwie auch eintreten wollen für LGBT plus Rechte? Ich würde sagen, man muss halt so ein bisschen analysieren und wird dann schnell feststellen, dass es jetzt nicht so viel Sinn macht zu denken, dass man diese Demonstrationen irgendwie einfach übernehmen oder untergraben könnte. Also es gibt ja immer wieder auch Organisationen, die das anregen, dass man jetzt nochmal versucht, die Pride zu revolutionieren quasi. Die Kräftelage in Deutschland sieht aber ganz anders aus. Also ich würde mir das irgendwie auch wünschen, dass man CSDs einfach übernehmen kann und dann hat man überall in Deutschland, ja, Demonstrationen mit mehreren tausenden Menschen, die einfach klassenkämpferische Demonstrationen zur LGBT plus Befreiung sind. Das ist aber eigentlich eher unrealistisch, weil die CSDs eben heute anders geführt sind, wir nicht einfach die Möglichkeit haben, vom Kräfteverhältnis her diese Frührung gerade einfach so in Frage zu stellen, aber vor allen Dingen auch, weil sich um die CSDs herum eine gewisse Kultur und eine Assoziation verfestigt hat. Also diese Paraden gelten eben als Feierparaden und ja, es gehen auch Leute einfach zum Feiern dahin, auch wenn diese Leute ja erstmal eine fortschrittliche Idee bezüglich LGBT plus Personen haben. Das bedeutet nicht, und das muss man glaube ich einfach einmal klar sagen, dass man kein CSD besuchen kann. Es bedeutet ja nicht, dass man nicht dorthin gehen kann, sondern ja, wir können auch zum CSD gehen und versuchen dort Menschen mitzunehmen und mal Menschen abzuholen, die sich eben ja ehrlich für LGBT plus Kämpfe und Belange einsetzen wollen. Wir können aber nicht vor allen Dingen auf diese Paraden setzen, weil letztlich setzen wir damit auf ja pro-kapitalistische Demonstrationen, in denen nur ein Mindestmaß an irgendwie bürgerlicher Gleichberechtigung gefordert wird, aber nie überhaupt nur über die Wurzel des Problems gesprochen wird. Wir fördern, ja, wenn wir nur darauf setzen, letztlich eine ganz krasse Integrationskultur. Aus dieser, ja, Intention heraus, dass man aber nicht einfach die Kämpfe liegen lassen sollte und dass man auch nicht einfach das historische Event, auf das sie sich berufen, das ja ein sehr wichtiges Event in der LGBT plus Bewegung war, das ja auch ein großer Wendepunkt war, liegen lassen sollte. Ja, daraus heraus hat sich etwas anderes entwickelt, und zwar die Stonewall-Aktion. Tatsächlich hat Jilly, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt. Und, genau, es gibt also heute einige klassenkämpferische Kräfte, die eben eigene Stonewall-Aktionen veranstalten, um selber einen Ausdruck auf die Straße tragen zu können und eben nicht, um in dieser, ja, in diesen kapitalistischen Paraden eben nicht unterzugehen, sondern wirklich die Möglichkeit zu haben, nochmal aufzuzeigen, was die Wurzeln der LGBT plus Unterdrückung sind und wie wir eben dagegen kämpfen können. Das ist vielleicht erstmal irgendwie eine, zumindest versucht, differenzierte Haltung zu diesen CSDs oder wie wir damit interagieren sollten heute. Insgesamt muss man aber sagen, dass es ja Quatsch wäre, sich darauf zu versteifen. Also wenn bei LGBT plus Arbeit immer nur über den CSD gesprochen wird oder über Stonewall, dann haben wir sowieso ein anderes Problem, und zwar, dass wir das nicht als konstanten Teil unserer Arbeit begreifen. Einzelne Aktionen reichen nicht aus, sondern letztlich bleibt es für uns eine Aufgabe, ja, eine Arbeiterinnenbewegung mit der LGBT plus Bewegung auf einer revolutionären Grundlage wieder zu vereinigen. Es bedeutet, dass wir es als revolutionäre Bewegung schaffen müssen, kritisch auf unsere eigene Vergangenheit zu blicken, also zum Beispiel ehrlich zu analysieren, dass wir es in der Geschichte lange nicht geschafft haben, den Kampf von LGBT plus genügend Aufmerksamkeit zu schenken und dass wir es vor allen Dingen auch nicht geschafft haben, den anzuführen in den letzten Jahrzehnten. Es bedeutet aber auch vor allen Dingen, dass wir jetzt anders handeln müssen, dass wir jetzt eine klassenkämpferische Theorie und Praxis entwickeln müssen, uns eben mit so drängenden Fragen wie Geschlecht, aber auch mit Sexualität uns auseinandersetzen müssen und dass wir in der Praxis es schaffen müssen, die Spaltung unserer Klasse zu überwinden, indem wir gemeinsame Kämpfe organisieren. Weil letztlich ist es ja die gemeinsame Praxis, die unsere Klasse vor Augen führt, den unterschiedlichen Teilen davon, egal ob LGBT plus oder nicht, dass sie gemeinsame Interessen haben, dass sie dieselben Interessen haben. Real gelebte Solidarität ist eben ein unglaublich verbindender Moment. Ein interessantes Beispiel dafür, was wir jetzt heute nicht mehr ausführen werden, weil wir dann einfach wirklich sehr, sehr lange reden, ist dieses Lesbians and Gay Support Minors. Das ist ein Beispiel aus Großbritannien, wo Homosexuelle die Bergarbeiterstreiks unterstützt haben in den 80er Jahren. Über die Vereinigung in Kämpfen, die uns alle betreffen hinaus, müssen wir es, glaube ich, als Arbeiter in Bewegung, aber eben ja auch als Kommunistinnen schaffen, einen Fokus darauf zu legen, die besondere Unterdrückung von LGBT plus zu bekämpfen und das sowohl nach innen als auch nach außen. Das bedeutet, dass wir eine klassenkämpferische LGBT plus Arbeit aufbauen müssen, die direkte Kämpfe führt. Also zum Beispiel um das Recht auf Selbstbestimmung, ja, wo wir ja gerade erst gesehen haben, dass das Selbstbestimmungsgesetz eben alles andere als nur fortschrittlich ist. Zum Beispiel sollte man ganz dringend dagegen kämpfen, dass irgendwelche Daten an die Repressionsbehörden weitergegeben werden oder dass man einen Geschlechtseintrag einfach wieder rückgängig machen kann. Also, dass die Behörden das können. Die besonderen Kämpfe von LGBT plus, aber auch Teilen, sollten eben auch Teil unserer alltäglichen Arbeit sein und nicht nur quasi irgendwelche Kampagnen. Zum Beispiel, wenn wir in einem Stadtteil arbeiten oder in einer Schule, dann bedeutet das, dass wir uns eben auch gegen LGBT plus feindliche Diskriminierung einsetzen müssen, dass wir gegen LGBT plus feindliche Gewalt kämpfen müssen oder dass wir uns zum Beispiel auch für den Erhalt von LGBT plus Zentren einsetzen und so weiter und so fort. Nach innen bedeutet es natürlich, dass wir selbst bei uns patriarchale Tendenzen bekämpfen müssen und dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen müssen, warum letztlich die Kämpfe von LGBT plus immer auch die Kämpfe der gesamten Klasse sind, selbst dann, wenn wir nicht selbst dazu zählen. Es bedeutet aber auch, dass wir alle ein Geschlechtsbewusstsein entwickeln müssen, also ein Bewusstsein darüber, welche Rolle uns im Kapitalismus durch unser Geschlecht zuteil wird, welche Position wir im patriarchalen System einnehmen, aber auch, welche Auswirkungen unsere Sozialisierung auf unsere Persönlichkeit hat, zum Beispiel, ob wir als Mann oder als Frau sozialisiert werden. Natürlich ist das jetzt erstmal einfach eine grobe Zusammenfassung davon, was unsere Aufgaben sind. Ja, trotzdem würde ich jetzt eben, glaube ich, langsam zum Ende kommen, weil ich auch nicht glaube, dass man alle Aufgaben in Bezug auf Klassenkämpfersche LGBT plus Arbeit jetzt einfach so in so einem Podcast ausarbeiten kann. Genau, vielleicht kann das ja ein bisschen einfach eine Anregung sein für uns und auch für andere. Genau, ich glaube, damit haben wir es eigentlich ganz gut zum Ende gebracht und von daher würde ich euch allen für eure Aufmerksamkeit danken. Genau, wenn es euch gefallen hat, dann wie immer, hört doch nächstes Mal einfach wieder rein, supportet uns gerne auf Instagram, auf Twitter und Co. und vor allen Dingen meldet euch natürlich gerne mit Fragen, mit Kritiken, ja, schreibt uns in die Kommentarspalte, schreibt uns eine E-Mail, was auch immer. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Vorschläge macht, worüber ihr gerne mal was hören würdet und was euch interessiert. In diesem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal und natürlich euch allen ein kämpferisches Stonewall.